Ich weiß nichts von einem Artefakt, das Shogal herstellt, aber ich glaube, ich kenne jemanden, der euch helfen kann. Gräfin Veral ist ein alter Geist, der sich im Loch Veral im Norden aufhält. Sie hegt keine Sympathie für den Schattenhammer, der ihre Wasser verschmutzt hat. Bittet sie um die Weisheit, die ihr sucht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß, warum ihr hier seid, mein Freund. Eure Gründe singen im Rausches eures Blutes. Ich weiß von dem toten Zwergenschmied, der meine Wasser verschmutzt. Wenn ihr herausfinden wollt, an was sein Leichnam sich erinnert, dann müsst ihr es euch verdienen.